Tell me that you need me, if you're gonna turn around, but I say hey. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge I U The One. Es wird mal wieder Zeit, denn gerade brennt der Busch, liebe Freunde. Der Busch brennt einfach bei Aito. Wir sind bei Folge 13, glaube ich. Ihr seht es auf jeden Fall im Titel, bei welcher Folge wir sind. Und die anderen Folgen zuvor könnt ihr auch alle nachgucken, wenn ihr Bock habt. Einfach die sind hier oben verlinkt. Es gibt eine Playlist, könnt ihr euch alles anschauen, ganz entspannt. Ihr müsst euch nur ein bisschen Zeit mitbringen, aber viel Drama, viel Shit, viel Dummheit, die hier an den Tag gelegt wird. Lieben wir aber. Deshalb, liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, holt euch leckeres Snacks und was leckeres zu trinken. Dann starten wir direkt rein in die nächste Folge. Ich möchte mich auch ganz kurz bei RTL Plus bedanken, dass ich auf diese Folgen reagieren darf. Ihr könnt unten auf den Link klicken, wenn ihr Bock habt, euch ein RTL Plus Abo zu machen oder euch mal zu informieren. Dort gibt es alle möglichen Trash-TV-Programme und noch viel mehr. Also ich gucke da zur Zeit zum Beispiel ganz viel Höhle des Löwen. Das ist einer meiner Lieblingssendungen, so abends so ein bisschen zum Chillen. Einfach mal gucken, was es für neue Erfindungen gibt auf dem Markt. Ah jo, das war's auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Let's go. Da war die Internetverbindung wohl nicht so gut. Der Dennis nimmt mir die immer auf, die Folgen. Da hatte kurz gehangen anscheinend. Liebe Freunde, wir starten direkt mit der Matchbox. Aber man weiß es halt nicht. Let's go. Was passiert hier? Pharrell und Isabel. Die könnten es echt sein. Heute geht die erste Laufbahn an, Freunde. Hört auf meine Worte. Die Matchbox-Entscheidung heute ist super wichtig für uns. Wäre krass auf jeden Fall. Dass wir wieder kaum Lichter anbekommen haben und eigentlich kaum wissen, wer zu wem gehört. Schau dich mal vor, perfect match. Dann dreh ich dir komplett durch. Die beiden sind jetzt gleich eins. Ich würde ihr Herz küssen. Ist natürlich schlecht für dich, Amadou. Aber so ist das manchmal im Leben. Wenn es nachher so ist, dass Isabel ausziehen muss, dann ist das beschissen. Und deswegen war ich schon echt angespannt. Ich glaube, es passt nicht. Also es wäre wirklich sehr, sehr komisch, wenn da... Ja, Bro, mach's nicht so spannend. Junge, wollen wir jetzt noch vier Minuten hier hin und her reden, ob die Match sind oder nicht? Am Nick-Käm. Perfekt Match stehen würde. Perfekt Match. Perfekt Match. Perfekt Match. Perfekt Match. Perfekt Match. Süß. Aber klar. Du bist trotzdem mein crazy Ass. Ich sag's dir. Ja, ist gut, ne? Ja. Ja, besser ist es also, dass die kein Match sind. Weiter geht's. Party oder nicht? Zeitwünschen. Lass feiern. Langsam gewöhnt man sich an das No-Match auf dem Bildschirm. Aber es ist halt trotzdem... Viele sagen, es ist eine Erkenntnis. Wie sinnlos. Alle labern immer so ein auf... Ich will ein Match haben jetzt Grund zum Feiern. Wir haben eine Erkenntnis. Wen wollt ihr verarschen, Alter? Ja, No-Match ist auch eine Erkenntnis. Das ist eine Erkenntnis. Ach, alles gut. Alles Maul, Alter. Ich verwelte. Ist ein Minenläger. Soll manchmal einfach mal seinen Mund halten oder einfach mal gut sein lassen. Wäre besser. Wir haben nichts in der Hand. 0,0. Nada. Wir wissen, dass wir manchmal nicht weit genug über den Tellerrand hinaus schauen. Aber inzwischen... Wie kann das denn so langweilig hier alles anfangen, Alter? Party! Es ist kein Match. Letztens... Boah, die kann sogar Breakdown. Okay, jetzt geht's ab. Oh, 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 oh. Voll entspannt, Bruder. Ist mir scheißegal. Für mich ist das kein Problem. Der sah auch voll entspannt aus, ne? Für ihn gar kein Problem. So entspannt, wie der aussah, für den auch kein Problem. Ist entspannt. Es sah so aus, als ob ihr es gefallen habt. Ich bin da voll cool mit. Das ist so geil, weil das so extra reingeschnitten ist. Weil man halt obviously sieht, dass er überhaupt nicht cool damit ist. Dass es ihn voll ankratzt. Das ist so süß. Das ist so süß. Diese kleine, aber feine Eifersucht. Ich bin da cool mit. Jetzt geht's los! Alles super. Das war doch eine witzige Show. Haben doch alle witzig gefunden, oder nicht? Was? Geil. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich würde noch mal sehr gerne noch mal machen. Das ist geil, geil. Ich weiß nicht, was der Mo davon hält. Aber ist auch egal. Ich bin dir ehrlich, dann sollte nicht bei mir einer veranstalten. Weißt du, was ich meine? Bei mir macht sie... Der Bruder killt mich. Der killt mich. Der killt mich. Marisa. 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 Ja, ne, ist völlig in Ordnung. Ist okay. Ich feier das. Ich finde das gut, dass sie da ihren Spaß hat. Nein, das stört mich nicht. Aber sie sollte bei mir nicht auf anständig machen dann. So, warum macht ihr auf anständig? Einen auf lieb, schüchtern und anständig. Aber bald hat man gesehen, wie sie aus sich rauskommen, ne? Der Bruder konnte mit ihm machen, was er will. Wie willst du denn damit umgehen, Bruder? Fragen wir mal. Echt? Du kennst meinen Bruder. Kennswertig, ne? Kennswertig. Aber wie gesagt, ich bin da cool mit. Ich bin entspannt damit. Ich schwöre aber heute, die hat sie mir gesagt, ich soll bei Max penken. Ich penne freiwillig bei Max. Ach, Mann. Oh, aber die zwei. Was ist mit den zwei eigentlich? Es passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Es läuft alles sehr gut. Irgendwie fokussiert er sich komplett auf mich. Und das ist für mich so okay. Wenn ich will, kann ich ihn haben. So. Und ich will. Ich will dieses Gefühl haben, hey, ich müsste eigentlich um ihn kämpfen. Du kannst gerne dich auf mich fokussieren. Aber wenn so Spiele anstehen und so, leck mit anderen rum. Also ich finde es sogar attraktiver, wenn ich als Frau merke, der Mann hat noch andere Optionen. Man muss die Frauenlogik nicht immer verstehen, aber... Nein. Nein. Muss man nicht. Richtig. Muss man nicht, liebe Freunde. Aber was kommt jetzt? Jetzt kommt ihr aber. Ich muss so ein bisschen das Gefühl haben, er ist für mich so ein bisschen unerreichbar. Ach so. Er muss so mäßig Ken sein und du musst Barbie sein. Und wenn er das nicht ist, dann ist es halt auch ein bisschen uncool einfach. So. Verstehe ich halt auch. Das würde ich nicht sagen, du sollst dich von mir distanzieren, ne? Denk das nicht. Aber... Shaker mit anderen Weibern. Du kannst aber auch mit denen rumdecken und so. Bin ich voll fein mit. Gestern hast du noch ganz anders gesagt. Einen Tag sagte er mir, ja, mach das nicht mit anderen Perlen, mit Küchen. Wie ist das? Dann, wenn du das wieder machst, dann ist das wie im echten Leben. Dann machst du das und dann ist es auch wieder falsch. Sei es so wie du bist. So bin ich doch auch. Mhm. Dann brauchst du mir nicht eine Standkritisch halten, wie ich mich verhalten soll. Ich könnte auch mir vorstellen, dass du mit Carina ein Perfekt-Match bist. Und ich glaube, bei mir ist Fabio mein Perfekt-Match. Ach, ich nicht mehr? Also, ich weiß auch nicht. Viele Probleme. Viele Probleme. Sehr viele Probleme. Gehen wir noch durch oder nicht? Oder hast du nicht so Lust? Doch. Wenn nicht, dann können wir das auch auf morgen verschieben. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe dich auf morgen. Wenn die abends immer um die Ecke kommt und mit ihren Augen mich anguckt und dann so voll geil redet immer. Die machen sehr viel Trobiken, Herr Bix, ne? Die machen sehr viel diese trockenen Aktionen. Weil die wollen nicht so auf frischer Tat ertappt werden. Das ist halt das Problem. Ich bin da so ein bisschen verfallen. So, wollen die jetzt jede Folge zu viert duschen? Ist das jetzt so ein Ding geworden? Macht man das jetzt halt so, ne? Aber was soll ich sagen, so? Am Ende des Tages, die sollen uns ja auch ein bisschen unterhalten, so die Leute, die das angucken. Ist ja witziger, wenn die zu viert duschen gehen, als wenn die allein duschen gehen. Das steht auf jeden Fall fest. Das war mal ne Dusche nach meinem Geschmack. Die hat sich gelohnt und danach war ich blitzeblank. Aha, sie waren gar nicht alle zu viert, sondern die sind jetzt nachträglich gegangen. Ja, okay. Jawoll, endlich. Der macht das Ding aus. Aber ihr soll jetzt auch euren Mund in den Badezimmern. Der Bray rastet jetzt wieder komplett aus, ne? Was soll er denn sonst machen außer ausrasten? Es bleiben auch nicht viele Optionen offen. So. Die Perle provoziert ihre Lage. Seid mal ehrlich, Alter. Die drei von der Zeit. Ja, aber Gott, guck mal, wie geht das denn, dass du lachst? Einfach respektlos. Kann einer noch pissen gehen und mal gucken? Ich muss sowieso pissen. Micha, mach dich bereit. Geh schon mal hin. Guck mal. Einfach Armee. Eine Armee von drei Dummköpfen. Das ist auch krank. Wie unangenehm. Der geht jetzt da rein. Pissen, ey. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich denk, sonst stammeln. Ich denk, sonst stammeln. Ich geh den ganzen Tag zu duschen, oder? Das denkt der jetzt hier. Hihi. Stress. Stress. Mehr Stress. Mehr Stress. Ach, die stehen da zusammen heute. Natürlich unter einer Dusche, aber... Labern. Ja, zusammen halt. Schwörst du? Ja, aber ey. Das hier wusste genau, die provoziert mich damit. Mann, Alter, ich wollte spalten, ey. Ich glaub, mein Gott, jetzt fahrt euch mal. Ich will blind, Bruder. Ich glaub, wir wollen sich viel in Ruhe haben. Du musst dich um drei Uhr hin, geh ich nur. Was willst du dir? Ich glaub, mein Gott, wir kennen nach oben, Bruder. Ich glaub, mein Gott. Ach, wo jetzt ist Feierabend vielleicht? Neuer Tag, neues Glück. Neuer Tag, neues Glück. Neuer Tag, neues Glück. Ja, komm, besprech jetzt mal direkt hier, was es zu besprechen gibt. Komm, Yalla. Gib mir das Gefühl, ich bin nicht die Einzige. Okay. Das brauch ich, aber dann trotzdem mit mir sein, und dann baut sich bei mir was auf. Emotionen. Und dann kannst du nett zu mir sein und sagen, du bist die Einzige. Viele Probleme. Ach, Frau Loge, ich weiß auch nicht, was ich will, Cecilia. Irrenhaus, sag ich dir. Gestern Abend bist du eskaliert, ne? Das war wirklich jetzt. Gestern so. Ey, der ist so ausgerastet, Gina. Du kam, Maurice. Ja, aber unnormal. Zoe und, guck mal, die sitzen da den ganzen Tag so, ne? Streicheln sich den ganzen Tag. Zoe und Maurice. Ich muss auch jeden Tag sehen, wie er mit Zoe kuscheln in der Ecke liegt. Ach, Zoe. Weißt du, meine innere Stimme verlangt immer so, die Zoe muss kuscheln mit mir. Oh, Moinschen. Aber das ist ja nicht schlimm. Mo darf. Cecilia aber nicht. Ist ja nur Kumpel. Ja, Martin ist auch nur Kumpel. Ich kann es ja verstehen, weil da mit Martin und Ricarda, ja, und da war irgendwas. Kleiner Kuss sieht für mich anders aus. Ich sehe ja einen Handjob. Oh mein Gott. Das hat eine Sache mit Respekt zu tun, Junge. Dass er Martin nicht mehr vertrauen kann. Ja, okay, aber ich will nichts von Martin. Willst du quatschen? Oder willst du darüber nicht reden? Es gibt doch nicht viel zu reden, oder? Alles gut, Mann. Aber was ist denn jetzt genau das Problem, warum du nicht mit mir reden willst? Na ja, wie soll er sagen? Also am Ende des Tages gibt es halt viele Probleme, um die sich halt gekümmert werden muss. Und wenn sich um die vielen Probleme nicht gekümmert wird, weißt du, Cecilia, viele Probleme. Viele Probleme. Du weißt genau, die Aktion ist ein Andi, die provoziert mich. Und ich bin dann auch nur so doof und lass mich provozieren. Das sind dann, wenn es dann das Resultat, das sind die Stressbickel, die dann hier entstehen. So. Man kriegt immer vom vielen Eiweiß, aber hier kriegt man halt nur den Stress. Warte mal, du sitzt hier hängend mit Zoe. Einen Moment, liebe Freunde, meine Flinklieferung ruft an. Ja, hallo, ich habe eine Bestätigung. So, liebe Freunde, einen Salat gibt's heute zum Abendessen. Schön, ge? Schön. Machen wir weiter oder machen wir weiter? Oder mische ich mir jetzt erstmal meinen Salat? Walnüsse verstehe ich halt nicht in einem Salat. Verstehe ich einfach nicht. Am Kuscheln, am Streicheln und whatever. Und ich mit Martin darf ja nicht. Ich darf ja mit keinem, ich darf nicht mit Fabio, mit Ferrell. Das sind drei meine Kumpels, die hier und Kevin. Du hast mir einen auch hier auf heilig. Bist du krank? Martin. Alter, was für heilig. Wollen wir mal zu. Ich würde auch heute mit Fabio duschen gehen, weil ich damit keine Probleme habe, wenn der eine Unterhose anhat und ich ein Bikini anhabe. Hast du gestern die Performance hier gesehen? Du bleibst dich dann mit deinem Arschchen, Finze, und dann bei mir so einer sagt, ey, ich mach nix, ich mach nix, ich mach hier nix im Fernsehen, so. Und so lässt dich ja proportionell zeigen, ich schwör aber Gott. Ich schwör aber Gott, ich seh das so. Dann nimm lieber so einen Udolfen mit 110. Ja, Fabio. Fabio ist genau der Mann, den ich heiraten müsste. Das ist hier. Du brauchst jetzt auch nicht mehr quatschen dann, ja. Du bist dein Ernst, ja. Also das war's jetzt zwischen den zwei, hab ich das richtig verstanden. Aber gut, der Bruder übertreibt auch echt ein bisschen, ne? Der übertreibt ein bisschen. Bisschen. Ich kann ihn auch verstehen, aber... Ah, Bro. Bro. Also erstens sind die noch nicht zusammen. Zweitens sind die nicht zusammen. Drittens sind die halt nicht zusammen. Boah, das ist krank. Ich hab richtig Bock auf ne Beachparty. Ich habe seinen Tag eins darauf gewartet. Ich liebe es, wieder rauszukommen aus der Villa, aus diesem Irrenhaus. Ich bin einfach froh, am Strand zu sein und ich schmeckte einfach. Okay, wir müssen nur herausfinden, was da jetzt passiert alles. Schon rausgefunden. Die mochten sich ja vorher schon, ne? So ist es nicht. Die haben ja schon mal miteinander getuddelt. Diese Fertigsalate sind manchmal so geil, ey. Ich bin ehrlich zu euch, ist einfach geil. Sie ist ne Topfrau. Super sexy. Einfach so, wie es sein sollte. Wenn der jetzt schafft mit ihr rumzumachen, obwohl die ganze Zeit zumacht bei allen, dann... Respekt Felix. Felix der kleine Hase. Ja, Felix macht mir sehr, sehr viele Konklimente. Ich kann aber nicht umgehen damit. Ich bin schnell küsschen. Ich gucke weg. Ne. Ich trage sie. Nee. Ich trage sie. Ich hab meine Prinzipien, sorry. So bin ich halt einfach. Verklemmt, ne? Ich liebe ihre Exklusivität. Es ist einfach... Mua. Çok gusel. Also... Alle anderen haben rumgemacht, ne? Nur sie nicht. Tch. Langweilig. Voll die Langweilige. Also ich hätte auch mit irgendjemand rumgemacht auf jeden Fall. Also weil das gehört auch ein bisschen dazu, wenn man halt bei I do One ist. Was soll ich denn sagen? Also... Man muss halt auch. Kann man dich kennen, ja? Ja. Echt? Ja. Wie lange bist du schon zehn lang? Auf was schießt denn so? Boah, das sind jetzt immer viele Fragen auf einmal. Aber dann fragen wir mal auf... Knapp über zwei Jahre. Ja? Und auf was schießt? Ich stehe auf männliche Männer. Ah, okay. Also Tarsan ist gut. Ich kann von Tag zu Tag den Maurice immer weniger ausschließen als Perfect Match. Aber warum auf einmal? Also die haben sich doch von Anfang an war da doch nichts wirklich, oder? Aber der Maurice scheint ein sehr gefragter Typ zu sein da drin. Das muss man ihm lassen, ne? Der hatte innerhalb von wenigen Tagen schon mit sehr viel da drin Kontakt. Ich würde sehr gerne auch mit dem Maurice auf ein Date. Man hat halt hier sehr viele Ablenkungen, sag ich mal. Und auf einem Einzeldate hat man dann doch auch die Möglichkeit vielleicht ein bisschen tiefer ins Gespräch einzutauchen. Heute ist definitiv Zeit für Deep Talk. Ja! Ria! Entspannt, ohne dass jemand irgendwie auch dann... Ich hab gar keinen Bock Deep Talk von den beiden zu hören. Das ist mir zu viel Kopfschmerzen, glaube ich. Amore! Was sagst du? Sie hat mich einfach nur verstanden. Oh! 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 Was soll ich denn machen? Ja, der hat so zwei Seiten. Die hab ich ja auch. Aber... Dann die eine Seite ist immer vorbei. Der ist eigentlich niemals... Ich sag, 100%ig bin ich mir sicher, es ist vorbei. Und dann kommt diese andere Seite. Weißt du, mein... Das ist scheiße. Ach, ich weiß es doch nicht. Einerseits ist es sehr süß und lieb und so. Aber... Weißt du, viele sagen auch, das hat keinen Sinn bei euch. Die ist einfach nur Hornig, kann das sein? Oder bin ich blöd jetzt? Da muss ich halt sagen, dass Cecilia und Maurice dann einfach auch kein Perfect Match sein können, weil wenn die sich hier tagtäglich 17 Mal streiten, das ist ja auch nicht das, was man in einer Partnerschaft tut, würde ich jetzt mal so sagen. Warum suchst du die näher zu mir? Weil sie sich gut anfühlt. Also ich sag mal so, Cecilia ist eine sehr, sehr schöne Frau. Und ist was? Ja, soll ich nur sagen. Sie hat ein schönes Lächeln. Schöne Zähne. Man kann sich cool unterhalten, deswegen ist super. Was grinst du von mir? Tolle Gespräche. Aha. Nicht mehr. Vielleicht hinter der Fassade ist hier ein Deckel, weil sie immer einen auf kulte Hose macht, aber ich glaub gar nicht so cool ist. Bro, Alter, das ist so cringe gerade, ne? Geht doch einfach bumsen, Mann. Macht doch einfach euer Ding, aber geht doch niemanden auf den Sack. Ich versteh's nicht. Ey, ist halt schwierig, ne? Ja, okay. Hast du ja direkt gesagt, ich war jetzt noch bei ihr noch. Und da reist jeder mit jedem alles. Die anderen haben Gasse reden. Wer ist dein größter Erremann? Wer ist dein größter Erremann? Wer ist dein größter Erremann? Weiß ich noch nicht. Wer ist dein größter Erremann, ja? Ja. Ja. Stimmt, wie du glaubst. Guck mal, die Franzi, die ist einfach gekeldet worden. Oh, gekeldet? Nee. Warum denn? Du bist halt kein Ehrenmann, ne? Klar hab ich kein Ehrenmann. Oh, Franzi, das hab ich gesehen. Entschuldigung. Franzi, hey. Hallo. Was geht dir gerade auf? Gar nichts. Ui, ui, ui. Der heiligen Scheun ist ganz weg. Das war aber doch nicht ihr erster Kuss. Die hat doch schon mit irgendjemand rumgemacht. Einmal. Warum übertreiben die jetzt alle so? Maurice! Ey, lala. Dankeschön. Aber ich muss erst mal Kompliment machen. Heute ist dein Outfit sehr schön. Ach, vielen Dank. Nein, ehrlich, sieht sehr schön aus. Ohne Spaß. Steht dir sehr gut. Maurice, was da schon wieder los in der Villa? Halleluja, Mensch. Ach, hör mir auf. Hör mir auf. Ehrlich, schlimm. Du selbst findest dich ja gar nicht eifersüchtig. Nö, nicht so viel. Also, guck mal. Entschuldigung. Zu einer gesunden Beziehung gehört eine Einversucht dazu. Mhm. Eine gesunde Einversucht dazu. Und meins ist es meins. Und klar, ich kann Gespräche hierfür, weil wir sollen ja unser Perfect Match finden. Weißt du? Aber dann muss ich hier nicht mit jedem dann rumlecken. Sorry, dass das Einversucht ist. Aber dann ist das halt so. Ey, sorry. Dann bewirb dich bei Bauer sucht Frau und ich bin in der Deckingschau. Und dass Cecilia und Martin gemeinsam unter der Dusche waren? Ja, das war natürlich so eine Provokation gestern, ne? In meinen Augen, klar. War es eine Provokation, Cecilia? Nein, es war wirklich keine Provokation. Aber Martin und ich sind wie Zoe und du. Weißt du? Und ihr kuschelt und ihr streichelt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Oh, ja. Das ist mir egal. Du bist mit drin dabei. Ich hab gar nichts mit eurem. Ja, dann bist du mit drin dabei. Was ist denn der Problem? Du bist den ganzen Tag mit ihr? Wir sind doch einfach nur ganz cool miteinander. Das ist doch alles cool. Aber dann musst du das auch akzeptieren, dass ich mit Martin dusche. Und wenn ich seinen Arsch poliert hätte, wäre es so. Nee, ohne Mist. Das geht den ganzen Tag. Mein Gott. Ja, aber das reicht. Sollte die ... So wie Calvin. So wie Calvin. So ist mein Gesicht gerade auf. Der Salat war super, Leute. Was soll ich sagen? Cecilia meinen, sie muss mit mir eine Konfrontation suchen. Und werde ich dem auf jeden Fall nicht aus dem Weg gehen. Und werde ihr zeigen, dass sie nicht die lauteste im Haus ist. Sondern dass ich das sein kann, wenn ich das möchte. Maurice, wen willst du heute? Also trotz der ganzen Sache jetzt hier, würde ich gerne die junge Frau in Weiß nehmen. Also Cecilia, weil sie ist sehr, sehr besonders. Sie verhält sich mega gut, ist ein geradliniger Mensch. Wie kann man so und so sagen? Verstehst du das? Wie kann man so und so sagen? Und ja klar, wir necken uns immer ein bisschen so. Den wesentlichen Dingen denken wir, glaube ich, eigentlich gleich. Nicht in allen, aber in den wesentlichen Dingen. Und deswegen habe ich sie auch rausgelegt. Was ist das, Junge? Was ist hier los? Jetzt komme ich Schatzlein. Endlich hast du mal die Uniform ausgepackt, ne? Ja, das hat so mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Für uns alle. Ja, wie siehst du. Okay. Fabio, mein Schatz, wen willst du denn heute? Selina. Selina. Komm mal her. Du bist hier zu tausend prozentlich sicher, dass Selina ein Perfect Match ist, oder? Irgendwie schon. Irgendwie schon. Selina, was war denn da unter der Bettdecke mit Calvin? Ähm, Intimität. Intimität. Was denn für eine Intimität? Wir haben uns ein bisschen besser und näher kennengelernt. Mhm. Finde ich ganz okay. Ich hätte es auch gemacht. Für mich sah das, ehrlich gesagt, nach mehr aus. Für mich sah das nach einem sexuellen Akt aus. Das kann durchaus möglich sein. Also ja. Aha. Aha. Calvin. Sexueller Akt, ja oder nein? Was unterdecken passiert, bleibt unterdecken. Was da genau war, kann sich jeder selber ausmalen. Warum könnte die ein Perfect Match sein? Ich frag mal nur Fabio, ne? Bitte, ja. Ich mag ihre herrliche Art und ihre... Bro. Ja. Wird diese Folge noch interessanter, ist die Frage? Nee. Tatsächlich nicht, liebe Freunde. Es passiert nämlich gar nichts mehr. Wir gucken nächste Folge, wie viele Lichter angehen. Und wir gucken auch nächste Folge, wie viel Stress es geben wird. Denn gerade, I do one, braucht mal wieder einen kleinen Kickenpo, Alter. Was ist das denn? Ich würde sagen, wir gehen wieder rein. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Morgen um 14 Uhr hier auf dem Kanal. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin, haut rein. Lass es kochen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020